Deine Machts Matze Eine harte Angelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, wird es heute bei der siebten Machts Matze Aufgabe. Wir sind in 93.7 Gießen in der Uniklinik. Anna, was muss Matze heute machen? Der Matze muss sich heute von den Füßen bis zum Hals komplett eingibsten lassen. Wow, das ist kein leichtes Ding, zumal unser Morningman ordentlich unter Platzangst leidet. Kneift er bei dieser Aufgabe, gibt es für Anna 1000 Euro in Cash. Das passt auch bei nicht ganz so schlanken. Siehst du ja einen, der nicht ganz so schlank ist. Nein, nein, ich meine, wenn einer käme. Matze, lässt du dich eingibsten. Machts Matze? Ich habe ja schon gesagt, ich habe Platzangst. Sehr gut, was brauchen wir denn? Können wir der Matze damit verletzen, wenn wir es aufsteigen? Kann man schaffen. Ich habe heute eine ganz schöne Reizblase, deshalb mache ich es. Untertitelung. Mach's Matze! Stell deine Aufgabe und check, wie hart er wirklich ist. Jetzt auf planetradio.de